Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play, der Herr der Ring in die Schlachten mit Lerder 2, Aufstieg, das Hexen-Königs-Ringkrieg mit den Elben. Nicht das Witschen vergessen, hoffentlich passt alles und dann schauen wir auch gleich mal, ob hier die Aufnahme läuft. Läuft, 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 Sound, ja, boom, pass, gut, geil, go. Cool, go, whatever. So schaut's aus, ne, immer noch hier 1146, ich hab also nix gemacht. Und, geht's doch gleich, instant weiter. Ha, Legolas und Haldir, Green Team. Wir werden alles kaputt hauen. Jo, nice, nice, nice. Nasejucht. So. Ich renne, lol, lol. Loll, lol, lol. Hä? Was war das denn? Instant tot. Was für ein Schwachsinn. Ja gut, geil, soll ja recht sein. Ich nehme jetzt einfach hier irgendwie irgendwas, weil es ist ja auch vollkommen lachen. Na, das ist so. Mach deinen letzten Atemzug. So, Level up. Passt. Ha, Level 5, nice. Ja, was Böses naht immer. Die haben das schon wieder nicht eingenommen, Sauerei. So, die rennen aber sehr schnell. Ja, die sind schnell unterwegs. Die sind so, ja, los geht's. Uff, 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 uff. Du, 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 du. Sehr lustig, wie er die Kaserne angeordnet hat. Aber in Ordnung. So, dann bauen wir hier jetzt eine Kaserne. Dann gehen wir gleich hier lang, ist ja auch egal. Mal. Die sterben auch alle. So. Na ja, das passt schon. Das passt schon. Ja, da ist nix. Wir haben noch viel zu tun. Sonst ist da nichts. Die Bosheit muss hier enden. Nach keinen in den Kunk. Mögen eure Seelen stark sein. Die Kaserne ist da. Na ja. Ob sich das so lohnt, wahrscheinlich eher nicht. Kaserne, hab ich die Fallschwung gebaut? Ne, passt. Bisschen Schepps, aber nicht Fallschwung. So. Ihr dürft den Baumeister jagen gehen. Ja, und irgendwann, irgendwann haue ich die Festung kaputt. So, wo ist der Baumeister? Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er ja schön. Wir haben eine Kaserne errichtet. Wo sollen wir bauen? Wird auch gleich wieder gebaut. So. Zwei, zwei, zwei. Beziehungsweise so und dann so und dann so. So. Bis dieses Gehirn mit ihrem Fein kaputtgeballert haben, wird so ein bisschen dauern. Macht aber nichts. Ich kann ihn ja hier stallen. Ich kann ihn ja machen, wie ich will. Das ist Instant GG. Ja, ich sehe es. Direkt vor dir. Wie wäre es, wenn du das zerstörten hättest? Das wäre doch... Das wäre doch nice a lick, ne? So, da hat's... Ne, das passt. Theoretisch hoffe ich, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wir kommen aus Düsterwald. Naja. Mach deinen letzten Atemzug. So, Baumeister stirbt. Der nächste Baumeister, den's erwischt. Ja, jetzt kann man auf die Festung angreifen. Das passt. Hä, wie sie halt drohen. Ja, mach mach ich fertig. Du böse Kaserne. Jaaaa. Lustig. Sehr lustig. Sinnfrei, aber lustig. Na, ist ein GG-Halbe. Wir müssen wachsam bleiben. Wir dringen Schwinde aus Midlond. Bleib bei mir. Das Gebäude muss fallen. Pfeile los. Der Feind ist da. Die Gleitere an. Die Gleitere an. Die Gleitere an. Die Gleitere an. Und bum bum. Ja. Ja, das ist auch gut so. Er darf gerne auch fern bleiben. Ein volltrefflicher Bauplatz. Brennt sie aus dem Gleichgewicht. Wir müssen wachsam bleiben. So, jetzt warte ich auf die. Wir müssen wachsam bleiben. Wir haben ein Wachbau entdeckt. Und, ja, dann sollte das passen. Dann werden die nämlich auch gelevelt durch den Bogenschützen Ausbilden Button. Bleib wachsam, Elf. Ah, interessant. Was? Lol, nein! So viel Schaden machen die auf eine Festung? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ha! Lustig. Dann sind sie halt nicht ausgebildet. Dann haben sie halt Pech gehabt. Rippen sind halt durch die Gegend. So, wo muss ich noch hin? Ahhhh. Ich kenne mich lieber in Dol Guldur. Count Doom ist halt anstrengend. Es dauert immer so lang. Oh! Weee! Da bin ich mal ganz knatschelig. Aber theoretisch habe ich jetzt dann mit Dol Guldur drei Festungen. Nein, vornach 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das sind die ausgerüsteten. Oh, cool. 5 Festungen müsste ich dann haben. Demnächst. Und das ist nicht schlecht. 5. Oder 5 Fest vor Nost, Bruchtal, Hemsklam, Isengard, Dol Guldur. Ja, mit Count Doom wären es sogar 6 Festungen. Wäre dann sogar nochmal ein Stückchen besser. Von dem her, boah, immer gucken, was da wird. Na ja, der Feind hat hier eine Festung aufgebaut. So schaut es eher aus. Können die da nicht hochschießen? Anscheinend können sie es nicht. Na ja, dann hauen die halt ab, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu doof. Na ja, vielleicht schaffen die beiden das. Die nehmen nicht so viel Schaden. Das müsste besser passen. Hoffe ich zumindest. Ja, da muss ich halt warten, bis die Ends rufen kann. Ist jetzt doof, aber nicht super schlimm. Sonst müssen die beiden Helden das halt Solo machen. Ist aber auch in Ordnung. Der Schaden ist marginal. Das ist lachhaft, was die im Schaden machen. Ja, jetzt sind wir auch drin. Noch besser. Na also. Es müsste eigentlich passen. Und wenn es nicht reicht, dann reicht Zeit nicht. Ah ne, die sterben instant weg. Okay. Dann wird das doch eine coolere Schlacht. Ich dachte, die Helden machen das so irgendwie für sich selbst, aber nicht. Ja, das ist auch ziemlich egal. Interessiert jetzt nicht. Dann ist er halt tot. Aber ich muss jetzt Dings bauen. Ne, Festung und Zeugs. So. Also. Hier bauen wir jetzt Kaserne 1, Kaserne 2. Vielleicht baue ich Arwen auch nicht wieder. Ich weiß nicht. Das Gebäude muss fallen. Da ist er halt. Ja, der Feind ist doof. Das vor allem. Das ganz vor allem. So. Der Bannerträger hat ins Glas gebissen. GG. Tschüss. Rip. Kann ich auch nicht ernanen. Aber wieso holen die sich nie alles Geld? Das ist sehr nervig. Ach. Da stehen noch Leute. Ha. Nice. Na ja. Na ja. Na ja. Bauen wir doch noch eine Festung. Ich will eine Festung haben. Wir hole ich mir jetzt auch. Sozusagen. Ja. Ich will. Ja. 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 Stopp, 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 stopp. Jetzt doch irgendwo noch böse Spinnen, oder? Dachte ich zu Momost. Na, vielleicht nicht. Egal, wird schon passen. Habe ich den Turm eigentlich schon? Nö, natürlich nicht. Ah ja, klar. So, dann gehen wir hier hin. Ab jetzt gehört dieses Gebäude uns. Was holen wir uns noch? Den Turm. Turm ist gut. Passt. Also eigentlich müsste der aufgeben, weil da weiß ich nicht, wer das schaffen will. Er hat zwar eine Festung, aber... Dolguldur ist nicht die Beste. Ich habe ausgerüstete Einheiten gegen ein Spam-Volk. Ja. Ja. Ne, GG. Da macht der nix. Die dumme KI. Das Gift ist allerdings böse. Ich werde auch hier einen Brunnen bauen. Es muss einfach sein. Ne, Brunnen ist schon wichtig. Ne, Brunnen ist schon wichtig. Wir kommen aus Süßerwein. Na. So, wo baut der da? So. Genau da fehlt es jetzt. So, keine Führerschaftsboni für ihn. Er könnte irgendwann mit Feuerdrachen kommen, aber... Wenn ich mir das so anschaue... Wahrscheinlich eher nicht. Oh. Das wird schon werden. So. Ja, dürfen sie auch gerne versuchen. Schaffen sollten sie es aber nicht. Versuchen ja, schaffen nein. Das ist die Gewise. Feuer, konzentrieren Sie! Na, der... Der krepiert doch da. Wie will er das denn bitteschön schaffen? Hm? Wie? Das täte mich jetzt mal interessieren. Bleibt wassam, Elb. Das Gebäude ist aus Süßerwein. Ich werde jetzt auch hier Mauern bauen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir müssen wachsam bleiben. Na? Also, es sieht so aus, als würde ich noch ein Hüterbataillon brauchen und dann können wir hier nochmal... Ich habe mich entschieden. Ich bringe das Baumaterial. Das ist schön. Sie hat sich entschieden, irgendwie irgendwas zu tun. Das ist für mich in Ordnung. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute was tun. Solange es mir die schadet, ne? Wie das hier zum Beispiel. Das ist zum Beispiel schon mit Do. Aber... Können Sie machen, ne? Dürfen Sie. Das ist ein Problem, Sie dürfen. Ich glaube, ich muss hier doch einen Knoten irgendwo setzen. Hilft nichts. Upsala! Das wollte ich aber nicht. Und jetzt ist der Slot für immer verloren, oder was? Nein, gut. Ja, haut es besser ab, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bringe das Baumaterial. Naja. Ich bringe das Baumaterial. Es wird Zeit, etwas zu bauen. So, dann schmeißt mal. Oh. Okay. Das Feuer ist natürlich böse. Interessiert aber herzlich wenig. Weil kaputt. Perfekt. Mehr wollte ich auch gar nicht. Passt. Da waren irgendwo böse Spinnen. Die töte ich jetzt auch. Und irgendwo hier bauen wir dann ein Tor hin. Wo er dann nicht durch kann, weil dann da 1000 Truppen stehen oder so. Keine Ahnung. Na, irgendwie so ist der Plan. So hat er es geheilt. Ach, da hat es... Es ist aber egal. So, Schmiede. Und den Sahale natürlich. Hallorito-Dori-Do. Passt schon. So, hier bauen wir das Türchen hin. Um, 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 um. Ja. Der feindliche Stütz kann mich mal. Mit dem habe ich nämlich nichts am Hut. Nur die sollten sich zurückziehen. So, Türchen auf. Der stirbt jetzt. Schade. Geht's doch da hin. Halt, halt, halt. Das muss erst noch weg. Und ich will natürlich wissen, wie es steht. Wie schaut's? Wie ist das jetzt? Die Gnade der Elbe des Fliegs. Die anderen. So. Bleibt in der Nähe der Bäume. Wir haben unser Gebäude verloren. Ja. So, ich brauche noch einen Hüter. Was ist denn da oben jetzt schon wieder? Ah ja, da hat es Gegner. Okay. Sehr interessant. Wenn auch komplett irrelevant. So. Hier hat es irgendwo was. Da ist was durchgekommen. Hätte nicht passieren sollen. Ist aber passiert. Na gut. Ja, und hier halt jetzt Rüstung und Zeugs bauen. Und bum bum bum. Ich werde dem alles kaputt hauen. Das weiß ich jetzt schon. Ah, da gehen keine Silberdornpfeile. Aber Kosten für Einheiten-Upgrades günstiger. Das ist sehr nützlich. Sollte er eigentlich nicht? Aber okay. So. Ja. Sollte aber passen. Bannerträger kommen zum Schluss. Das ist nämlich das Wichtigste. Oh, der rennt hier gegen die Türme an und stirbt halt, ne? Okay. Das darf er auch, denke ich mal. Die Spinnen müssten sterben. Spätestens wenn er merkt, dass ich mich nur wieder ausrüsten will. Sollte er eigentlich aufgeben. Aber das sehen wir dann. Hm. 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 Ja, das hält es da auch weg. Ganz im Ernst. Hau da ab. Elbenweib. So. Das dürfte passen. Ja, passt. Und dann noch Silberdornpfeile hinterher und dann war's das. Noch nicht, aber das tun sie gleich. Aha. Jetzt kriege ich keine Silberdornpfeile. Na, danke. Na ja. Das passt ja. Hat er gewonnen. GG. Moment mal. Fast wäre er Level 5 gewonnen. Ja, schade. Es sollte wohl nicht sein. Aber ist auch in Ordnung. Macht ja nix. Aber diesen Sieg speichern wir gleich wieder ab. Genau. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. und einsam. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch Anne-J tho. wisdom ist unser wunderschönen Tag. Vielen Dank.